Herzlich willkommen zu dieser neuen Serie, in der es tatsächlich um Mathematik gehen soll. Ja, ich vervollständige auf diesem Kanal mittlerweile alles, was für ein Informatikstudium tatsächlich nötig ist. Aber bevor wir tatsächlich mit der Mathe als solches starten, lasst uns mal schauen, warum wir das eigentlich machen. Mathematik steht nämlich für fast alle Informatiker auf dem Lehrplan und das an den allermeisten deutschen Unis und Hochschulen. Meist leider aber ohne Kontext, sprich man lernt es ohne zu wissen warum. Ich will euch hier ein bisschen motivieren und euch auch erklären, warum ich persönlich echt Bock auf diese Reihe habe. Sorry auch, dass ich deswegen in der letzten Zeit vielleicht ein paar weniger Tutorials gemacht habe. Die Reihe hier ist Aufnahme frisch, also das Video hier ist legit ein Tag aufgenommen, bevor es live geht. Und mit der aktuellen Entwicklung der Bootstrap Academy und all den anderen Videos kam echt viel zusammen. Mehr Infos erfahrt ihr natürlich unten, wie immer. Also, worum geht es eigentlich in der Informatik? Informatik zu definieren ist gar nicht mal so leicht. Es handelt sich dabei um die Wissenschaft der schematischen Darstellung, Speicherung, Verarbeitung und Übertragung von Daten. Ihr könnt es euch so vorstellen, ein Computer ist für Informatiker das, was ein Teleskop für Astronomen ist. Das Wichtigste ist aber, Informatik ist eine Grundlagenwissenschaft, eine Formalwissenschaft und eine Ingenieursdisziplin. Und das heißt, da steckt eigentlich alles mit drin. Technik, praktische Informatik, aber all das basiert auf der theoretischen Informatik und deren Forschung. Zur theoretischen Informatik gehören zum Beispiel die Automatentheorie oder die Komplexitätstheorie, die wiederum wahnsinnig wichtig sind, wenn man beispielsweise Algorithmen entwirft oder aber nutzen will. Ganz konkret arbeiten eigentlich die meisten Website-Frontends, also das, was ihr sehen könnt, mit Zuständen, wie ihr sie vielleicht aus meinen Kursen zu React oder Angular kennt. Ja, und diese Zustände kommen aus der Automatentheorie und die wiederum basiert auf Mathe. So, also gelegentlich hört man im Studium auch den Spruch Informatik, setzt sich zusammen aus Information und Mathematik. Ich weiß nicht, wie viele von euch das schon gesehen oder gehört haben. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Das stimmt aber nur so halb übrigens. Andere Dozenten sagen Informationstechnologie und Automatik. Man kann da jetzt also so ein kleines bisschen flexibel sein, würde ich mal behaupten. Wir klären jetzt aber folgende wichtige Frage. Muss ich Mathe lernen, um ein guter Informatiker zu sein und wenn ja, warum? Also um das vorwegzunehmen, viele von euch werden im Studium Mathe haben, schonungslos und mit Anlauf statt Deitgel. Demnach, ihr müsst sowieso. Für alle anderen gilt aber folgendes. Die Denkweise in der Mathematik ist krass und faszinierend, zumindest für mich. Und diese Denkweise zu üben, eröffnet so viele analytische Methoden. Deswegen empfehle ich allein deshalb hier diese Serie mitzuverfolgen. Denn die Grundlagen, die man hier braucht, sind quasi nicht existent. Wir fangen wirklich beim Boden an. Das meiste ergibt sich dann einfach aus den Definitionen und von dem, was wir quasi haben wollen. Und das ist wirklich, warum ich persönlich so Lust habe auf diese Serie. Mathe zu verstehen ist nicht leicht im Studium. Aber wenn man das hat, dann gibt es einzelne Teile, die einfach so einen BTF-Echt jetzt? Wie cool ist das denn im Moment auslösen können? Und das macht mir persönlich sehr viel Spaß. Und es ist auch schon länger her, dass ich mal eine richtige theoretische Reihe auf dem Kanal hatte. Und ja, ich habe Lust drauf. Lass uns aber kurz die praktische Seite auch noch beleuchten. Also, wie viel nützt mir Mathematik in meinem Alltag als Informatiker? Ich bin ehrlich mit euch. Wahrscheinlich wird der praktische Nutzen direkt ziemlich beschränkt sein. Grundlagen wie Prozentrechnung, die ihr dann hin und wieder auch mal selbst implementiert, werdet ihr wahrscheinlich schon in der Schule durchgenommen haben. Und fortgeschrittene Themen wie unendliche Reihen oder Integrale oder Matrizen sind eher fortgeschrittene Konzepte und in der Praxis nützt man dann doch wiederum Libraries dafür. Aber, und das ist ein großes Aber, es gibt durchaus Anwendungsgebiete und manchmal braucht man es dann halt doch. Ich mache ein paar Beispiele. Die Analysis beschäftigt sich unter anderem mit dem Limes, also dem Verhalten von Funktionen im Unendlichen. Wenn ihr den verstanden habt, könnt ihr in der theoretischen Kryptografie sehr schnell verstehen, warum der eine Algorithmus eben sicher ist und der andere halt wiederum nicht. Ihr versteht das Verhalten im Unendlichen, das heißt, wenn ihr manche Sachen benutzt, manche Algorithmen benutzt, dauern die sehr viel länger, wenn ihr viele Daten habt, wohingegen sie bei wenig Daten sehr schnell sind. Die Gruppentheorie beschäftigt sich mit mathematischen Gruppen, zyklischen Gruppen beispielsweise. Habt ihr die verstanden, ist der Overflow von Ganzzahlen beim Coden für euch plötzlich nicht mehr nur nervig, sondern unter Umständen sogar erwünscht und ihr könnt ihn aktiv benutzen. Die lineare Algebra beschäftigt sich wahnsinnig viel mit Matrizen. Also Matrix Plural ist Matrizen. Ihr wollt Spiele entwickeln? Dann werdet ihr diese Matrizen überall hinterhergeworfen bekommen. Es gibt Rotationsmatrizen, mit denen sich ein Charakter ingame drehen kann. Es gibt Transformationsmatrizen, wenn er sich nach vorne oder hinten bewegt oder auch zur Seite bewegt, wenn er laufen soll zum Beispiel. Oder auch nehmen wir Datenbanden. Auch dort findet ihr teilweise Matrizen wieder. Und ja, ganz besonders Data Science und KI erfordern natürlich einiges an Mathe von euch. Statistik wird euch jagen, ich verspreche es. Und TensorFlow, das Framework für neuronale Netze schlechthin, hat Tensoren sogar schon im Namen. Tensoren sind auch was aus der Mathematik, also ihr könnt euch vorstellen, wie wichtig das da ist. Mathe findet sich also überall in der Informatik wieder. Teilweise mehr, teilweise weniger. Allerdings wird das häufig wegabstrahiert. Sprich, man erleichtert den Zugang und baut Libraries, Bibliotheken außenrum, die jedem den Zugang eben ermöglichen, der vielleicht nicht ganz so viel Erfahrung mit Mathe hat. Und das ist schön und absolut richtig. Aber dennoch bin ich fest davon überzeugt, irgendwer wird sich halt auch um diese Abstraktionsebene kümmern müssen. Irgendwer muss diese Bibliotheken schreiben. Und wenn nicht die schlauste Community auf YouTube, wer dann? Und das Zweite, selbst wenn ihr es nicht selbst anfassen müsst. Es hilft ungemein zu wissen, ob nun der eigene Code gleich fünfmal so lange läuft, weil ich einen langsamen Algorithmus benutzen will oder ob er schneller wird, weil ich etwas anderes nutzen kann. Aus diesem Grund gibt es also ab sofort auch Mathe auf meinem Kanal. Mathe speziell für euch Informatiker, aber auch für andere Studiengänge natürlich. Ich versuche diesen Kurs hier so gut wie möglich aufzulockern und immer wieder Programmierbeispiele in Python einzubauen. Schnappt euch also gerne Python, bevor ihr hier anfangt. Das vereinfacht den Zugang, wie ich finde, für viele. Und zuletzt nochmal, wie gesagt, diese Serie kommt genau heute beziehungsweise morgen dann, weil es jetzt gerade schon sehr spät ist, aus der Aufnahme und sie wächst mit euch. Also schreibt mir gerne, wenn euch irgendwas stört oder wenn ihr irgendwas gerne haben wollt. Und ja, ich weiß, es sind sehr viele Themen, die man in der Mathematik behandeln kann. Vielleicht nicht alle direkt schreiben, aber ihr könnt mir gerne Wünsche schicken und Ideen oder sonst irgendwas. Und entschuldigt auch, wenn manchmal keine Videos kommen. Die Vorproduktion hat ein wenig gelitten durch die Entwicklung der Academy. Schaut dazu gerne übrigens unten in der Beschreibung vorbei. Ihr könnt dort wirklich so viele Themen der Informatik schon lernen. Und ja, die wichtigsten Fixes haben wir jetzt auch schon fast durch. Das heißt, dort habt ihr die Möglichkeit, selbst Webinare zu halten, selbst Coachings zu geben, aber auch natürlich welche zu besuchen. Also ergänzend zu diesen Videos hier. Und wir planen noch so viele Features, das wird wahnsinnig cool. Okay, dann wünsche ich euch noch einen entspannten Nachmittag und bis zum nächsten Video. Ciao.